You've Got A Friend ist die heimliche Kennmelodie des Hotel Aviva in Afisel. Denn der Mühlvöckler Vierstern Superior Betrieb ist seinen Gästen mit einer herzlichen Unternehmenskultur ein echter Freund. Neben dem freundschaftlichen Arbeitsklima gehören auch attraktive Benefits für das Personal dazu. Die Kurhäuser der Marienschwestern in Bad Mühlacken und Bad Kreuzen sind ein besonderer Gast wie Arbeitgeber, der eine zeitgenössische Arbeitshaltung mit christlicher Tradition zu verbinden weiß. Und zwar zu einer Unternehmenskultur mit Sinn für die Werte der Natur und Menschlichkeit. Auch wenn der Firmenbucheintrag anders lautet, ist das Hotel Dachsteinkönig ein echtes Familienhotel. Denn die Familie besteht nicht aus den Eigentümern, sondern aus den 160 im Haus Mitarbeitenden, die sich hier selbst wie Gäste verwöhnt, ganz zu Hause und wahrhaft wertgeschätzt fühlen dürfen.